Hallo Leute, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich ein Video zu diesem Thema machen soll, denn eigentlich habe ich mit der Menschheit längst abgeschlossen. Ich sitze hier in meinem selbstgebauten ABC-Bunker, habe alle Beziehungen zur Außenwelt gekappt und genug Toilettenpapier für die nächsten 20 Jahre eingekauft. Also eigentlich geht mich die ganze Corona-Scheiße nix mehr an. Ich bin raus aus eurer Gesellschaft, leckt mich am Arsch. Aber andererseits, für was bin ich dann überhaupt auf YouTube und kritisiere schon seit so vielen Jahren die Herdentiermentalität und völlige Verblödung der Menschen, wenn ich jetzt angesichts der größten Massenpsychose seit der Hexenverfolgung im Mittelalter einfach stillhalten und schweigen würde? Ich glaube, aber ich kann gar nicht anders, als noch einmal kurz an die Oberfläche zu kriechen und die nahezu vollständig entmündigte Bevölkerung dieses Planeten wissen zu lassen, wie bescheuert sie alle sind. Und lasst mich gleich eins vorwegnehmen, ich bin vielleicht etwas geistreicher als der durchschnittliche YouTuber und nenne mich TheSaint, aber ich bin ganz sicher nicht allwissend und kann im Moment, wo ich dieses Video mache, auch überhaupt nicht sagen, wohin die Reise geht und in was für einer Welt wir am Ende wieder aufwachen werden, wenn dieser surreale Traum zu Ende geträumt ist. Dabei habe ich in meinem Leben wahrlich schon vieles mitgemacht. Ich habe Ebola überlebt, ich habe Aids überlebt, ich habe den Rinderwahn und die Vogelkrippe überlebt. Also keine Angst, ich habe das natürlich nicht alles persönlich gehabt. Das wäre ja ganz schön scheiße gewesen. Aber was ich meine ist, ich habe die mediale Dauerberieselung und die Panikmache überlebt, die damals durchs Land gegeistert ist. Und ich habe schon damals nur mit dem Kopf geschüttelt, weil ich schon damals den Eindruck hatte, jetzt drehen diese angstgesteuerten Herdenviecher alle komplett durch. Aber noch nie, wirklich noch nie, habe ich erlebt, dass wegen einer dieser Seuchen das System komplett heruntergefahren worden wäre. Man hat halt ab und zu mal ein paar Schweine gekeult, aber man hat nicht die Gottesdienste verboten oder die Spielplätze geschlossen, Herrgott im Himmel. Und jetzt erzählt mir nicht, dass Aids oder Ebola weniger schlimm gewesen sein sollen als das Coronavirus. Aids hast du ein Leben lang und nicht mal nur ein paar Wochen wie eine beschissene Sommergrippe. Also wie gesagt, das ist alles neu für mich. Und ich bin auch momentan etwas zwiegespalten, weil ich es einerseits ziemlich gut finde, das System runterzufahren und alles mal zu entschleunigen. Davon rede ich ja schon seit gut 20 Jahren, dass wir das endlich mal machen sollten. Aber eben, weil das System an sich schwachsinnig ist, weil es die Menschen kaputt macht, weil es uns allen unsere Seele raubt. Doch was haben mir die ganzen Idioten dann immer geantwortet, wenn ich gesagt habe, Leute, macht doch mal alle ein bisschen weniger. Geht doch mal nicht aufs Frühlingsfest. Macht doch mal die ganzen scheiß Läden zu, die sowieso keiner braucht. Blasst mal weniger Abgase in die Atmosphäre. Arbeitet alle nur noch halbtags und wenn es geht von zu Hause aus. Dann haben sie gesagt, das geht doch nicht. Wir können doch nicht einfach das ganze System runterfahren. Davon hängen doch so viele Arbeitsplätze ab. Und der Staat ist ja sowieso immer chronisch pleite und braucht doch diese Steuereinnahmen. Und jetzt? Jetzt kommt ein Schnupfen aus China daher und auf einmal geht's doch. Auf einmal ist Geld da. Auf einmal sagt der Minister, ach ja, wir haben ja noch ganz viele Milliarden übrig, die haben wir sowieso nicht gebraucht. Hier, liebe Wirtschaft, nehmt unsere Milliarden. Keiner wird hungern müssen, nur weil er gerade keine Arbeit hat. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich da gerade so ein kleines bisschen verarscht. Aber ganz grundsätzlich, ganz grundsätzlich finde ich Entschleunigung ne gute Sache. Und ich denke, dass es vielen Menschen auch guttun wird. Gerade auch den jungen Menschen, mal am Wochenende nicht nur von einer Ablenkungsmöglichkeit zur nächsten zu hetzen, sondern mal in sich zu gehen und vielleicht mal wieder ein gutes Buch zu lesen oder einfach mal raus in den Wald zu gehen. Vielleicht sollte man YouTube und die Fortnite-Server auch noch abschalten. Dann müssten die Menschen wirklich mal wieder ihr eigenes Gehirn entstauben und benutzen, selbst kreativ werden, mit der Oma Karten spielen. Nein, natürlich nicht mit der Oma. Ihr tötet eure Oma, wenn ihr mit ihr Karten spielt. Also macht das bloß nicht, ihr miesen Erbschleicher. Schreibt der Oma ab und zu mal einen netten Brief, aber fasst sie bloß nicht an. Diese Warnung war an dieser Stelle unbedingt notwendig. Nun aber weiter im Text. Wie gesagt, Entschleunigung und Runterfahren finde ich grundsätzlich gut. Nicht gut finde ich allerdings Faschismus, gesellschaftliche Gleichschaltung und wenn sich der Staat in das Privatleben und die Freizeitgestaltung seiner Bürger einmischt. Beispielsweise, wenn der Staat dir vorschreibt, dass du keine Drogen nehmen darfst, nur weil es leider auch Leute gibt, die mit Drogen nicht so verantwortungsvoll umgehen können. Und genauso finde ich es eben auch kacke, wenn der Staat allen gesunden Menschen vorsorgehalber ihre sozialen Kontakte verbietet, nur weil es auch alte und schwache Menschen gibt, für die dieser Virus leider ziemlich gefährlich werden kann. Ja, ist Fakt. Dieses Corona-Zeugs ist schon nicht ungefährlich. Ich will das an dieser Stelle auch gar nicht verharmlosen. Ich zweifle nur an, dass es alternativlos ist, so mit der Situation umzugehen, wie es die Gesellschaft aktuell tut. Es gibt kein alternativlos. Hast du das immer noch nicht kapiert, Deutschland? Wenn dir irgendein Hitler oder Höcke oder Merkel sagt, eine Sache ist alternativlos, dann heißt das meistens das komplette Gegenteil. Nämlich, es gibt sehr wohl auch viele andere Alternativen in allen möglichen Farben und Formen, aber die will ich nicht und deshalb habt ihr dummen Bürgerverdammt nochmal daran zu glauben, dass es alternativlos ist. Aber es gibt grundsätzlich immer Alternativen. Auch in der aktuellen Situation, dass diese Alternativen so gut wie gar nicht erörtert werden, sondern dass jetzt landesweit, ja sogar weltweit, alle Bevölkerungsschichten im Einklang singen, ja, jetzt bleiben wir zu Hause, ja, das ist gut, ja, wir müssen das machen, denn es ist alternativlos. Das macht mir ehrlich gesagt gerade mehr Angst als das Virus an sich. Rinderwahn und Fledermauswahn mag schlimm sein, aber die meisten Tote in der Geschichte hat immer noch der Menschenwahn auf dem Gewissen. Vergesst das bitte niemals, liebe Leute. Menschen im Wahn ist die schlimmste Krankheit, die es auf diesem Planeten gibt und nichts ist so ansteckend wie gesellschaftliche Gleichschaltung. Also versuchen wir doch mal, die ganze Sache ein bisschen nüchterner zu betrachten und mit ein bisschen emotionalem Abstand. Was haben wir? Wir haben ein Virus, der von den Symptomen her einer heftigen Grippe ähnelt. Also dir wachsen da keine Tentakel, dir platzt nicht der Kopf und du wirst auch nicht zum Zombie. Das ist kein Produkt der Umbrella Corporation, sondern nur ein chinesisches Billig-Imitat, gebraut aus Fledermausuppe und Affenhirn, weil das angeblich die Potenz steigern soll. Ungesund und eklig, zweifellos. Aber nun eben auch nicht das tödlichste Kampfmittel, das je auf diesem Planeten zum Einsatz gekommen ist. Das sollten wir bei all der Panikmache schon mal nicht außer Acht lassen. Viele Menschen mit einem intakten Immunsystem werden eine Ansteckung ganz problemlos wegstecken. Ein bisschen Hust-Hust und in sieben Tagen ist alles vorbei. Weniger gut sieht die Lage eben bei den älteren Mitmenschen aus. So ab 70 steigt die Sterblichkeitsrate wohl schon massiv an. Und auch Menschen mit Vorerkrankungen und schwachem Immunsystem sind davon besonders betroffen. Dann würde ich jetzt, wenn ich König von Deutschland wäre, einfach sagen, okay, lasst uns die Alten und Kranken besonders gut schützen. Das sollte die oberste Priorität sein. Also nicht Quarantäne für das ganze Land, sondern besondere Schutzeinrichtungen nur für diejenigen, für die es auch wirklich lebensbedrohlich werden könnte. Aber das Hauptargument ist ja immer, dass wir die Ausbreitung des Virus um jeden Preis verlangsamen müssen, weil in den Krankenhäusern die Kapazität nicht ausreichen, wenn sich so viele Menschen auf einmal anstecken und dass wir zu wenig Beatmungsgeräte haben. Also wir haben zwar zig Milliarden Euro, die wir der Wirtschaft als Soforthilfe gewähren können. Wir können Asylantenheime aus dem Boden stampfen innerhalb von wenigen Tagen. Aber mit einer überdurchschnittlich schweren Grippewelle würden wir nicht fertig werden, weil es an Personal und Geräten im Krankenhaus fehlt. Ich sag mal, wo ein Wille ist, ist grundsätzlich auch ein Weg. Das Personal und die Behördenmitarbeiter, die jetzt von Kneipe zu Kneipe gehen und Veranstaltungen auflösen müssen, Kinder von den Spielplätzen vertreiben und Gottesdienstbesucher aus den Kirchen jagen, die könnten ja stattdessen genauso gut umgeschult werden als zusätzliche Pflegekräfte oder um den gefährdeten Alten das Essen nach Hause zu liefern. Also alternativlos ist was anderes, wenn ihr mich fragt. Dazu kommt dann noch, dass viele Alte die Sache, glaube ich, viel lockerer sehen als diejenigen, die in ihrem Namen Politik machen. Keine Ahnung, wie die Alten von heute so drauf sind, aber meine Oma damals, die war noch so die Kriegsgeneration, die hatten verdammt nochmal Schlimmeres mitgemacht. Und die hätte dann nur gesagt, Ja mei, wenn's mir erwischt, dann erwischt's mir halt. Ich hab eh schon krumme Rücke und ich hab mein Leben gelebt. Das finde ich eine vernünftige Einstellung. Aber man lässt den Alten ja gar nicht mehr die Wahl, so eine Einstellung zu haben, weil man sie erstens total verrückt macht in den Medien und sie zweitens ja sowieso nicht um ihre Meinung fragt. Es interessiert den Gesundheitsminister doch einen Scheiß, wie meine Oma über das Sterben denkt. Oder wie viele Alte da draußen lieber die Ansteckung mit einem Virus riskieren würden, als noch isolierter leben zu müssen, als sie es ohnehin schon tun. Und da haben wir schon das nächste Problem, was jetzt nicht nur ein Corona-spezifisches Problem ist, sondern was mich an unserer Gesellschaft schon lange ganz generell stört. Dieser geradezu krankhafte Sicherheits- und Kontrollwahn der modernen Menschen. Diese Bereitschaft, lieber alles zu verbieten und die Freiheit aller Bürger zu opfern, als auch nur das geringste Risiko einzugehen, dass irgendwer irgendwo vielleicht zu Schaden kommen könnte. Die Menschen früher haben das alles noch viel lockerer genommen. Da sind beim Autorennen halt mal ein paar Fahrer und Zuschauer draufgegangen, dann hat man kurz seinen Hut abgenommen, ein Gebet für diese armen Seelen gesprochen und dann ist man am nächsten Tag weitergefahren. Heute würden die da die ganze Saison absagen oder gleich den ganzen Sport verbieten oder alles so idiotensicher machen, dass es am Ende überhaupt keinen Nervenkitzel mehr gibt. Wir erleben das auch im Fußballstadion, wo es seit jeher ganz normal war, dass die Assis da gern auch mal ein paar Raketen abschießen oder üble Schmähgesänge anstimmen. Früher sagte man dazu, im Stadion herrscht eine super Stimmung. Heute wird das Spiel abgebrochen und alle reden nur noch davon, dass einige Chaoten auf den Rängen sich daneben benehmen, dass das so unverantwortlich ist und dass man so nicht spielen kann. Ich meine, ich bin wirklich komplett gegen jede Form von Rassismus und ähnlich idiotischen Weltanschauungen. Aber vielleicht gehören Idioten ins Fußballstadion, vielleicht brauchen die dieses Ventil? Vielleicht müssen manche Dinge einfach sein? Und vielleicht muss es in Zeiten, wo die Menschen weit über ihr natürliches Verfallsdatum hinaus am Leben erhalten werden und sowieso alles schon total überbevölkert ist, vielleicht auch sein, dass ab und zu mal eine Seuche durchgeht und den Bestand ein bisschen reduziert? Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Ich hab so ein bisschen Tourette-Syndrom. Fotze, Arschloch. Mäh. Nein, jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Natürlich sollte man alles Menschenmögliche tun, um die Kranken, die Alten und sonstige Risikogruppen zu schützen. Das ist ja gar keine Frage. Und natürlich ist es sinnvoll, in Zeiten von einer weltweiten Virus-Epidemie Massenveranstaltungen zu meiden und ganz allgemein etwas mehr auf Abstand zu sein mit Menschen zu gehen. Da gehe ich völlig mitkonform. Abstand ist immer gut. Und das sage ich schon seit Jahren. Ich habe sogar ein Lied darüber geschrieben. Der Abstand wäscht die Seele rein und lässt dich ohne Reue sein. Da hört ihr's. Ich mag Abstand. Zumindest solange das Ganze auf Freiwilligkeit basiert. Aber das gesamte öffentliche Leben stilllegen, weil es andernfalls ein paar Todesfälle mehr geben könnte, auf die Idee wären Menschen in früheren Zeiten gar nicht gekommen. Das ist so ein Neuzeitdenken, so ein Zeitgeistphänomen. Irgendwann muss im Lauf der letzten Jahre oder Jahrzehnte ein Umdenken stattgefunden haben, dass alles ungefährlich, familienfreundlich und glatt zu sein hat. Alles muss in Watte gepackt sein und niemand darf mehr gefährdet werden. Und falls doch, dann sagt man lieber sofort die gesamte Veranstaltung ab, als dass nochmal sowas passieren könnte, wie bei der Love Parade damals. Und wenn du was dagegen sagst, wenn du sagst, tja Leute, das Leben ist halt auch immer ein gewisses Risiko, findet euch damit ab, keiner von euch wird ewig leben. Dann giltst du gleich als Zyniker, als Menschenfeind. Und wenn du dann auch behauptest, du kannst das Risiko ganz gut für dich selbst einschätzen und brauchst keine Aufpasser, die dich die ganze Zeit gängeln und beschützen, dann schauen dich die Leute an wie so ein Impfgegner. Oder wie ein, der glaubt, dass die Erde eine Scheibe ist. Als ob du nicht mehr alle Tassen im Schrank hast. Obwohl du es einfach nur nicht einsiehst, dich beim kleinsten aufkommenden Sturm gleich von irgendwelchen aufgeblasenen Wichtigturen entmündigen zu lassen. Ich weiß auch nicht genau, woher diese Entwicklung kommt. Das ist definitiv ein komplexes Thema und wäre schon wieder ein eigenes Video wert. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die meisten modernen Menschen Gewalt, Siechtum und Tod nur noch aus dem Fernsehen kennen. Wenn in früheren Zeiten der Opa gestorben ist, lag der oft noch aufgebahrt in der Wohnung rum. Die Kinder konnten dran riechen und ihn anfassen und schauen, wie sich der Körper verändert. Ja, ich weiß, das ist eklig. Aber nicht so eklig wie ein durchschnittliches deutsches Altenheim, in dem man die Alten lange vor ihrem Tod schon interniert, damit sie mit ihrem Verwesungsprozess keinen der jüngeren Gesellschaftsmitglieder verstören können. Doch für alles im Leben zahlt man einen Preis. Und der Preis, den wir für unsere klinisch reine und garantiert kindersichere Gesellschaft zahlen, ist, dass die Menschen immer uneigenständiger werden und heute schon in Panik geraten bei Dingen, über die ein durchschnittlicher Spartaner vor 2000 Jahren oder selbst unsere Großelterngeneration nur müde gelächelt hätte. Man kann Risiken nicht mehr für sich selbst richtig einschätzen und vertraut eben auf die verantwortlichen Politiker und die Experten. Nur, die stehen ja nicht über den Dingen, sondern die hat der Zeitgeist ja auch fest im Griff. Die sind doch genauso angstgesteuert und von übertriebener Vorsicht befallen, wie diese ganzen Helikoptereltern heutzutage, die ihre Kinder vor der Schule mit dem SUV abholen und dabei 20 andere Kinder fast über den Haufen fahren, nur damit ihre eigenen Kinder nicht auf dem Schulweg gefährdet werden können. Genau so denken unsere Politiker und Experten auch. Und nur so kann ich mir auch diese Überreaktion erklären, dass man jetzt Notstandsgesetze in Kraft setzt, wie nach einem Zombie-Angriff oder dem Dritten Weltkrieg. Zunächst hat ja noch keiner an solche Maßnahmen überhaupt gedacht. Wahrscheinlich nicht mal die Herren und Frauen in der Regierung. Dann fing es in Italien an, kritisch zu werden. So wie ich unsere italienischen Freunde einschätze, war die Ausrüstung in den Krankenhäusern vielleicht auch ein bisschen marode und die Hälfte wahrscheinlich auch nur auf dem Papier vorhanden, weil die Gelder in Wirklichkeit ganz woanders hingeflossen sind. Man war wohl jedenfalls nicht vorbereitet. Und da haben sie eben geschaut, wie die Chinesen mit der Krise umgegangen sind. Die sollte man sich vielleicht nicht unbedingt als Beispiel nehmen, denn das Individuum hat dort sowieso keine Rechte. Und die chinesische Regierung würde zur Not auch die Hälfte der eigenen Bevölkerung keulen, wenn die andere Hälfte dadurch geschützt werden könnte. Aber die Italiener dachten sich, was die Chinesen können, können wir auch. Außerdem gehört Faschismus ja in gewisser Weise auch zum italienischen Kulturerbe. Da tanzen sie schnell mal den Mussolini, wenn man mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr weiter weiß. Und so haben sie ihr öffentliches Leben eben weitestgehend lahmgelegt. Jetzt hatten aber die anderen Regierungen und Politiker in Europa ein Problem. Und dann hat sie die Panik erfasst. Meiner Meinung nach nicht mal so sehr Panik vor dem Virus, sondern vor allem Panik vor negativen Schlagzeilen, wenn es bei uns auch zu so vielen Toten kommt wie in Italien. Klar, dann würde die Presse natürlich fragen, warum habt ihr nicht vorher schon alles dicht gemacht? Und so fing ein Land nach dem anderen damit an, in vorauseilendem Gehorsam, obwohl es von den Fallzahlen her gar nicht so dramatisch war, genauso zu reagieren wie die Länder, die mit der Krise überfordert waren. Keiner wollte der Letzte sein. Ja, man kann fast schon von einem Wettrennen reden. Wer den meisten Eifer zeigt, der bekommt am Ende den goldenen Corona-Pokal verliehen. Und die Bevölkerung? Naja, was soll ich sagen, ihr wisst ja, wie sowas abläuft. Das ist, wie wenn auf einem öffentlichen Platz ganz viele Menschen versammelt sind, ein Scherzkeks zieht eine Handgranatenattrappe aus der Tasche, einer, der nebendran steht, schreit laut, Vorsicht, Bombe! Die Ersten rennen in Panik los und die Leute, die weiter hinten stehen, sehen nur noch eine panisch schreiende Menschenmenge auf sich zukommen und fangen auch an zu rennen und um Hilfe zu schreien, weil sie denken, muss ja was Schlimmes sein, wenn die alle so panisch sind. Und wenn dann die Polizei kommt und die ganze Stadt abriegelt, sagt man sich, ja, das wird schon seine Richtigkeit haben, die machen das ja nicht ohne Grund. Und man gehorcht und ergibt sich seinem Schicksal so gelassen wie Hindukühe. Ob das alles am Ende wirklich nötig war, ich weiß es nicht. Aber eine Sache weiß ich ganz sicher. Wann immer sich ein Politiker vor sein Volk stellt und von Entbehrungen redet und dass wir nun in diesen schweren Zeiten alle Opfer bringen müssen, das heißt in Wirklichkeit nichts anderes als, ihr müsst Opfer bringen. Denn Frau Merkels Rente ist ganz sicher nicht in Gefahr. Und die von Jens Spahn und den Leuten vom Robert-Koch-Institut vermutlich auch nicht. Also wenn ihr mein Video jetzt ganz doof findet und euch fragt, wie ich es wagen kann, angesichts der schlimmen Krise immer noch ein Querulant zu sein und die Schutzmaßnahmen der Regierung zu kritisieren, lasst uns einfach mal abwarten, was da noch kommt. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher, dass das Geld, das die heute in die Wirtschaft pumpen, morgen irgendwo fehlen wird. Und das werden sie dann wieder einsammeln bei uns allen. Durch Preiserhöhungen, höhere Krankenkassenbeiträge und Gehaltskürzungen. Verlasst euch drauf. Im Namen von Corona wird noch so manches unpopuläre Gesetz im Eiltempo durch den Bundestag gepeitscht werden. Und alles, jede noch so unangenehme Einschränkung und Ungerechtigkeit werden die Verantwortlichen einfach damit begründen, dass es ja alternativlos war, angesichts der schlimmen Seuche, die uns alle so schlimm getroffen hat. Aber wie gesagt, die Situation ist komplett neu, sowas hatten wir bisher noch nicht. Und auch ich vermag nicht zu sagen, wo es uns letzten Endes hinführen wird. Fest steht nur, die Büchse der Pandora ist geöffnet worden. Eine zuvor undenkbare Maßnahme ist zum ersten Mal weltweit getroffen worden. Und wenn die das einmal machen und es funktioniert, dann wird es vermutlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Dann wird man das sicher auch in Zukunft immer mal wieder einsetzen. Vielleicht dann nicht mehr zur Corona-Bekämpfung, sondern weil der Kommunismus-Virus grassiert oder wegen einem Terroranschlag oder um Demonstrationen zu verhindern, wer weiß das schon. Ich persönlich finde diese Entwicklung einfach sehr befremdlich, irgendwie auch gruselig, weil wenn man jetzt schon alles dicht macht und die Menschen zu Hause einsperrt wegen einer etwas schwereren Grippe, was würde dann passieren, frage ich mich, wenn mal wirklich eine Zombiesäuche losbrechen würde oder kontaminierte Aliens landen. Lass mich raten, dann schmeißt man uns einfach eine Atombaume auf den Kopf, ohne dass das Lebensrecht des Einzelnen dann auch nur noch ein kleines bisschen was zählt. Das würden die machen, Leute, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der sie heute die Kinos und Discos zumachen. Dann würden sie auch sagen, diese ganzen Bürokraten und Sicherheitsfanatiker, ja, das fällt uns allen sehr schwer, aber das war eben alternativlos. Davor habe ich ehrlich gesagt mehr Schiss als vor irgendeiner Seuche. Und wenn man dann noch sieht, wie in den Medien immer nur dieselben Meinungen hofiert werden und Politiker quer durch alle politischen Lager alle denselben Stuss labern, wie schnell die Menschen dazu bereit sind, sich in ihrer Freiheit einschränken zu lassen, wenn man sie nur ein paar Wochen lang mit angstmachenden Bildern bombardiert. Ja, wie viele von denen sogar regelrecht fordern, dass der Staat noch härter durchgreift und ihnen möglichst schnell ihre Grundrechte abnimmt. Manche können es ja scheinbar gar nicht erwarten, für ein höheres Ziel zu Hause eingesperrt zu werden wie ein unmündiges Kind. Und dann so ein Geschwätz wie, wir befinden uns im Kriegszustand und wer sich nicht an die Ausgangssperren hält und es wagt, sich noch draußen mit Freunden zu treffen, ist ein mieser Egoist und muss hart bestraft werden. Dann kann es einem schon Angst und Bange werden. Manchmal fühle ich mich schon ein bisschen wie in Nordkorea, nur ohne das Militär und die willkürlichen Verhaftungen. Aber das kommt ja vielleicht noch, wenn die Leute weiterhin so lethargisch sind und alles kritiklos abnicken, was sich die da oben ausdenken. Wer weiß. Ich hätte noch vor zwei Wochen vieles nicht für möglich gehalten, was plötzlich von fast allen in diesem Land nahezu selbstverständlich hingenommen wird. Und weil ich das alles ziemlich unheimlich finde, diese ganzen Entwicklungen der letzten Zeit, deshalb war es mir auch ein Bedürfnis, heute dieses Video zu machen, anstatt euch einfach nur zu erzählen, dass ihr euch vor dem Nasebohren die Hände waschen sollt. Da ich mich aber ohnehin nicht als soziales Wesen bezeichnen würde und höchst selten am öffentlichen Leben teilnehme, könnte ich auch einfach sagen, was geht's mich an? Sollen die sich doch alle gegenseitig einsperren? Ich sitze hier in meinem Bunker und meide die Menschen sowieso, wo es nur geht. Und ich weiß auch ganz genau, warum. Warum mir dieses Spezies so zuwider ist. Vor ein paar Tagen wurde so ganz beiläufig in den Nachrichten erwähnt, dass die in China auf der Suche nach einem Impfstoff Fortschritte erzielt haben. Die haben Experimente mit Affen gemacht und dabei ein paar Tiere infiziert und dann halt mal einen getötet und aufgeschnitten, um zu sehen, wie es da drin so aussieht. Ich will gar nicht wissen, wie viele Tiere insgesamt weltweit schon draufgegangen sind für diesen krankhaften Kontrollwahn der Menschen. Und wenn jetzt einige Zuschauer dieses Videos sagen, ja, sonst gibt's halt keinen Fortschritt. Das muss halt so sein. Ist ja für einen guten Zweck. Dann würde ich mir echt wünschen, dass genau diese Dreckskerle mal von einer fortgeschrittenen Alienrasse entführt werden, dass man sie in ein Käfig steckt und sie mit irgendwelchen abartigen Krankheitserregern vollspritzt, bis ihnen ein Tumor auf dem Kopf wächst. Und wenn die dann rumheulen und winseln, dann sagt man ihnen auch nur, ja, stellt euch nicht so an. Das ist halt jetzt ein kleines Opfer für einen höheren Zweck. Wir werden euch danach auch zur Belohnung ganz schmerzlos einschläfern. Das würde ich mal gern sehen, ob diese Fortschrittsbefürworter das dann immer noch so gut finden würden. Oder ob sie dann nicht plötzlich auch sagen würden, weniger Fortschritt ist vielleicht besser? Sollen doch diejenigen, die unbedingt so dringend einen Impfstoff wollen, das Zeug an sich selber testen, aber doch keine Unschuldigen damit reinziehen. Ja, ich weiß, sind ja nur Affen, bla bla. Aber ihr seid auch alle nur Affen mit Markenklamotten. Nix weiter. Affe hat Affe getötet. Boah, diese Doppelmoral, diese Heuchelei. Einerseits kommen sie dir ständig mit Moral, ja, wir müssen jetzt alle solidarisch sein und mal unsere egoistischen Interessen schön hinten anstellen. Aber andererseits befürworten sie Morde an unschuldigen Tieren, weil die eigene Spezies dann halt auch mehr zählt als irgend so ein anderes Getier. Und was dieses ganze Geschwätz von Solidarität angeht, wo ist denn eure Solidarität mit Hartz-IV-Empfängern? Mit den Millionen Menschen, denen ihr Geld kaum zum Leben reicht? Wo ist denn eure Solidarität mit Leuten, die keine Lust auf euer kapitalistisches Schweinesystem haben? Hä? In eurer Arschloch-Gesellschaft ist das ganze Jahr über kein bisschen Solidarität zu spüren. Und wenn jemand ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert hat, dann habt ihr ihn immer nur ausgelacht. Wo war da euer Sinn für Solidarität? Aber auf einmal drückt irgendjemand auf den Solidaritätsknopf und jetzt sollen plötzlich alle solidarisch sein und euren neuen Regeln gehorchen. Und jeder, der es nicht tut, ist ein ganz schlimmer, verantwortungsloser Bösewicht. Ach, fickt euch doch. Ist doch alles zum Kotzen. Eure ganze Lügenwelt. Aber mir egal. Wie gesagt, ich fühle mich hier eh nicht mehr zugehörig zu dieser gestörten, doppelmoralischen Spezies. Ich werde mich jetzt einfach mal ganz entspannt zurücklehnen und die ganze Sache als ein großes soziologisches Experiment betrachten. Denn ganz ehrlich, ich habe mich ja insgeheim schon immer gefragt, wie lange du dem Pöbel den Fußball wegnehmen kannst, bevor es zu ernsthaften Ausschreitungen kommt. Und was die Leute machen, wenn sie nicht mehr zum Saufen an den Ballermann können oder aufs Oktoberfest. Wie lange es wohl dauern wird, bis sie sich gegenseitig den Schädel einschlagen. Schauen wir mal. Also was denkt ihr? In welche Richtung wird es gehen? Wird die Krise dazu führen, dass die Menschen enger zusammenrücken? Werden die Menschen am Ende gar klüger und reifer aus der ganzen Geschichte hervorgehen, weil sie irgendwann erkennen, dass es ihnen ohne die ganze Hektik und den Stress besser geht und sie sich wieder auf die Dinge besinnen, die im Leben wirklich zählen? Oder wird es einfach nur dazu führen, dass die Rechte des Individuums nur noch mehr eingeschränkt werden, unsere Gesellschaft noch gleichgeschalteter und unmenschlicher wird und am Ende alle noch mehr versklavt sind als zuvor? Warten wir es ab und genießen wir vielleicht einfach auch mal ein bisschen dieses Gefühl, etwas nicht zu wissen, weil es nicht schon tausend Mal in der Geschichte passiert ist und sich ständig wiederholt, Sondern weil es was Neues ist, was wir so noch nicht hatten. Ich verabschiede mich jetzt mal. Und wenn ich nicht wiederkomme, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Leben auf einem besseren Planeten wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freut euch. Friede sei mit euch. Ich störe mich nicht an schlimmen Seuchen, Vogelgrippe, Schreine fest und Rindersahn. Und wovor sie sonst noch täglich Panik schüren, das geht mich schon lange alles nichts mehr an. Denn der schlimmste Horror, den ich jemals sah, keiner spricht darüber, doch er ist trotzdem da Alltagsvampire, die einander aushaugen, Alltagszombis mit leeren, toten Augen. Ich hab Angst vor der Normalität, Angst vor Durchschnittsmenschen und deren Art zu leben, vor einer Welt, in der mich keiner versteht, weil sie mich merken, wie sie alle immer mehr verblühen. Normalophobie. Normalophobie. Untertitelung des ZDF, 2020